Die Kanzlerin drückt noch ein bisschen den Preis. Der Vorhang geht auf für die Sau aufm Eis. Im Wahlkampf wird gegen den anderen gepoltert, gemeinsam dann in die Regierung gestolpert. Dort sucht man dann den gemeinsamen Schwerpunkt, was ziemlich schwer fällt, weil immer wer querfunkt. Hoppala, da geht es drunter und drüber. Und auch bei mir sind manchmal ein paar Silben. Hoppala, ein paar Silben über. Kanzlerin, das bleibt sicher Frau Merkel, aber wer schlachtet zuerst seine Ferkel? Da das Betreuungsgeld hier Mindestlohn, das wird dann Mindestgeld und Betreuungslohn. Wer rettet den Euro? Wer rettet die Banken? Wie lange kann ich für mein Geld noch tanken? Wer zahlt Renten und die Pension? Oder erledigt das die Inflation? Ha, zum Beispiel sagen wir mal, Pflegenotstand, das wäre ein Thema, aber nicht zu erwähnen ist sicher bequemer. Als Pflegefall fällst du schnell aus der Form raus, das ist dann ein Fall für das deutsche Reformhaus. Hier und da gibt es ein bisschen Empörung. Volksmusik als Herzrhythmusstörung. Ha, ha, das war ein Witz. Wann kommt der Lacher? Und dann der Kabelbrand im Herzschrittmacher. Wer etwas verspricht, der gibt ein Versprechen, aber Versprechen zu brechen ist kein Verbrechen. Vielleicht haben Sie sich auch nur erbrochen und ins Versprechen oder sich versprochen. Im Norden wird's leiser, im Süden wird's laut. Die Bayern sind heiser. Wann kommt die Maut? Regieren ist schwierig, Regieren ist teuer. Irgendwann erhöhen Sie doch... Lass mich doch am Arsch, ey, du. Was? Lustigerweise ist Politik genauso taktlos wie diese Musik. Hoppala! Was? Was?